Am nächsten Freitag geht es gegen Chelsea im Europäischen Supercup, live übertragen im ZDF übrigens mal so nebenbei. Ist das ein Spiel, auf das Sie so hinfiebern oder ist das so eins von vielen? Ja, ich meine, wenn ich ja immer fiebern würde, hätte ich ja nur noch Fieber. Wir haben ja alle drei Tage wichtige Spiele. Aber ich glaube, wir haben nur mal eine große Rechnung offen mit Chelsea. Nein, Sie haben mal gewonnen, das Spiel war eigentlich überhaupt nicht zu gewinnen. Und ich war vier Wochen krank, mit den Namen, ich war vier Wochen krank. Das habe ich bis heute noch nicht so richtig verkraftet, diese Niederlage. Und ich glaube, die Jungs auch. Und es wäre mal gut, am nächsten Freitag mal zu zeigen, wie das geht.